Mein Name ist Romesh von Chur. Ich absolviere gerade meine Ausbildung als Informatiker im Fachrichtig Systemtechnik an der WISS. Als ich zu der WISS gekommen bin, wollte ich schon immer Informatiker werden. Und ich habe meinen Lehrer gefragt, was für Möglichkeiten stellen wir auf. Und er persönlich hat mir gesagt, ich kenne Dozenten von der WISS, geh da her, du wirst auch gute Lernergebnisse erzielen können. Und dadurch bin ich halt zur WISS gekommen. Als Informatiker in der Systemtechnik ist man sehr vielseitig. Du hast sehr viel mit Hardware und Servern zu tun, bist auch sehr viel im Serverraum und sehr viel mit anderen Betriebssystemen am Arbeiten. Meine Zukunftspläne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen will, aber vielleicht gerne die richtige Wirtschaftsinformatik. Vielleicht auch die richtige Security. Spezifisch auf die richtige Security. Oder ich mache den Informatiker und Techniker in der HF. Tipps und Tricks. Ich persönlich würde sagen, die, die nicht wissen, in welchem Fach es richtig sind, ob Applikation oder Systemtechnik, wir sollen einfach hier in die Schule kommen. Weil wir haben am Anfang gemeinsame Modulen und in der Tour erkennt man seine Stärken und Schwächen. Und in der Tour weisst du auch, für was du Profi bist und in welche Fachrichtung du gehst. Tipps und Tricks. Tipps und Tricks. Dann hör auf, Musik – – – Bis zum nächsten Mal.